Ja, wir fahren weiter nach Bosnien-Herzegowina in Camp Bug, neben dem Nationalpark. Die Straße, die wir gewählt haben, ist Schlaglochparade, wie in so einem Computerspiel, wo man einfach nur Schlaglöchern die ganze Zeit ausweichen muss. In manche Schlaglöcher hätte, glaube ich, mein Reifen komplett reingepasst. Und da vorne am Straßenrand stand gerade schwere Artillerie. Okay, die Leute haben ja was erlebt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Schon krass. Ich meine, jetzt fährt man hier durch, ist halt alles ganz friedlich, aber es war auch mal anders. Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, wirklich durchs Hinterland zu fahren. Ich glaube, wir fahren ja auch durchs Hinterland. Hier ist echt nicht viel los. Zudem, die kann man noch mal getankt. Mit Tankstellen geht es hier auch nicht. Gut, auf jeden Fall, das hier ist unser Pauseort. Also was man sieht, ist ja schon schön. Andere Seite ist jetzt ein Bauernhof, den filme ich jetzt nicht, weil da ist Geser gerade mit Iser zugange. Und dann... ...joo. ... 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